Heute, ich bin's wieder und ich sollte euch halt mal was zeigen. Und zwar wollte ich hier gerade das Rennen hier reiten mit Darkfire. Ich hab auch noch 7%, also falls das Video dann abwürgt, dann tut es mir leid. So, also bin ich hier das so geritten, ganz normal. So, und dann da hinten, dann aber hat mich das total komisch, das erwartet. Also es war voll verbuggt alles. Das müsst ihr jetzt echt sehen, was das ist, wirklich. Hab da extra angehalten. Und da kann man auch kaum durch, weil das backt da total rum. Das ist wow, du musst es mal sehen. Ich mach mal die Grafikqualität hoch. Da kann man auch alles ganz schön sehen. Also ich zeig euch das, wenn ich hier so rüber, ganz normal, ja. Das kommt, glaube ich, gleich. So, ich hoffe, mein Handy hält es jetzt gerade mal aus. Wie gesagt, ich hab... Genau, und hier. Was ist das? Guck mal, hier die Flagge ist im Himmel. Jetzt muss man hier irgendwo rumreiten. Was ist das? Wer weiß es? Bitte. Schreibt es in die Kommentare. Ich will das wissen. Hier muss man irgendwie springen. Was ist das denn da hinten? Wirklich. Weil ich hab auch bemerkt, die Brücke dort hinten, die wurde gesperrt. Aus was für einem Grund, bitte? Ähm, die Brücke von den Hillcrest nach Südhuf. Finde ich voll schade. Warum habt ihr die gesperrt da aus der Bildteam? Für die, die das wissen, bitte in die Kommis schreiben. Weil es wurde auch ganz oft... Ich glaube, ich hab das erst mal gar nicht bemerkt. Aber dann hat jemand geschrieben, warum ist die Brücke zu? Ist das bei euch auch so? Und dann bin ich halt hingegangen und hab mir gedacht, oh ja, bei mir ist es auch so. Was ist das? Keiner wusste das da. Naja, hier backt vieles rum seit diesen Magic Courses, ne? Ja, es sind halt magische Pferde, ne? Magische Pferde. Was die so alles anrichten. Nur drei magische Pferde. Ja, ich bin grad beim Leveln von Darkfire, wie gesagt. So. So, reiten wir mal hier hoch. Zack. Ich werd euch einfach mal Tipps geben hier. Wie ich das kann, ich hab, kann das Rennen auch nicht so perfekt. Also, dass ich euch wirklich viele Tipps geben kann. Hier kann ich auf jeden Fall nicht drum rum reiten. Außerdem hat man sehr wenig Zeit, um zur nächsten Flagge zu kommen. Und wenn ihr es dann versaut, dann habt ihr gleich sofort Pech. Ha! Oh mein Gott. Hier würde ich nicht springen. Ich würde mich einfach hier rechts halten. Das mach ich immer so. Einfach rechts halten. Geradeaus. Hier würde ich gleich, Achtung, nicht da drum, sondern einfach kurz nach rechts abspringen. Und hier so links bleiben. So, hier würde ich dann gleich, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nein, noch nicht, noch nicht. Gleich, gleich. Hier würde ich dann springen, genau. Hier um die Ecke. Hier um der Eck, um der Eck, ne? Um der Eck. Und hier spring ich immer am Ende. Dann bin ich nämlich gleich hier vorne angekommen. Und kann das dann abgehen. Ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, warum das dort hinten so verbuggt ist. Das wisst ihr bestimmt nicht. Aber warum ist die Brücke gesperrt? Warum? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und an der Abonnenten dazu. Und ja, bis dann ihr Lieben. Tschüss.